Das ist ja auch das Ding. Als Orb können wir auch 20 Minuten schaffen. Was haben wir jetzt hier? Für Picks? 80 Pick? Was pickt man denn hier? Also Jinx wär geil, aber... Lass Jinx Thresh spielen. Das ist so insane, ey. Jinx ist fein für mich. Willst du? Ich würd sagen, Zaya. Ist schon weg. Dann Jinx. Fuck it. Jinx fresh. Ja, sie haben keinen Aufschluss mehr, ne? Also ich glaub, fresh ist fein. Die haben Blitzcrank vielleicht, ne? Oh, die haben Blitzcrank, die haben Blitzcrank, ja. Und ihr spielt vermutlich einen Blitzcrank. Dann würd ich sagen... Was kann ich hier blind sehen? Leona? Rell? Er wird der Kasadin gehen, wenn ich Asir gehe, ja? Nee, macht nicht der Pick Artox oder so. Kann irgendwas Topline picken. Ich weiß nicht, ob er Yon oder so spielt. Hat er Fiora oder Yon? Ja, aber das ist fein. Fiora ist okay. Yon macht mir mehr Angst, persönlich. Der Yon spielt ja nicht gut. Aber ich glaub, er spielt eine gute Fiora. Das ist okay. Fiora ist fein. Yon ist nicht fein. Aber wär ganz geil, wenn eine Runde nicht Hardrunter-Pick bekommen, ne? Jetzt Renekton into Dingets, Jax into Camille und so. Jetzt können wir fresh picken. Renata. Yep. Thresh. Braum. Die bereiten bestimmt den Kasadin hier vor. Yamato reibt sich schon die Hände. In welcher Welt ist Kasadin hier Weibel? Wir haben Lee, Jinx, Gartox. Der gewinnt gegen keinen von uns. Gegen mich? Wenn ich Aziah picke. Aber du kannst doch gerne so mit mir, ne? Nein. Also ich kann mit dir gehen. Also ich würd einfach Aziah trotzdem nehmen, weil Aziah glaub ich einfach sehr gut ist. Janna ist hier auch nicht bad. Ich wollt grad fragen, was heißt denn du von Alistar? Ja, mein Alistar ist halt... Es gibt jetzt... Spielt ihr Yasuo oder Irelia? Nee, der Midianer nicht. Topline maybe. Aber der Midianer, also wenn er spielt, auf keinem guten Level. Du hast ja grad seinen Akali gesehen, also das weißt du selbst. Willst du einfach sagen, dass sein Akali scheiße war, oder wie? Ja, das wollt ich damit sagen. War echt sehr shit. Also die war schon sehr shit. Gib mir Aziah. Ich will Aziah. Ja. Ja, ich brauch komplett down zu swappen, wenn für dich irgendwas unplayable ist in Mitte, ne? Spielt der Bro Silas? Ja, oder? Es gibt keinen unplayable Matchup für Aziah. Aziah ist fucking broken. Jungs? Gib mir, gib mir. Den kann man jetzt nämlich mit, ähm, Blade of the Rune King und Rageblade spielen. Und Kragenslayer im Late Game. Mockhaft. Also es ist Alistar, Braum, Renata, Janna, Thresh. Ich sag Alistar, Braum. Von meiner Seite. Dann go Braum, go Braum. Alright, alright. Gegen, 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 gegen so viele Meleys? Was wollt ihr? Aziah. Ach so. Wie wär ich gegen Gragas' Game? Oh ja, Gragas wär auch sehr gut gewesen. Auch Blind? Gragas ist... Gragas ist... Gragas ist... Gragas ist fein, ja. Glaub auch. Habe ich nicht gedacht. Gragas ist schon ziemlich shit aktuell an sich, aber der ist halt gegen Meleys gut. Na, dann spielst du auch immer gegen Asir. Was machst du dann? Oder gegen Cerat? Wir werden schon meistens gecountert, ne? Wir werden schon meistens gecountert, ne? Egen Cerat. Oh ja. Das ist also immer mal was Neues, ne? Das ist auch sehr cool. Geiler Champion. Ich liebe, ich liebe, ich liebe Cerat. Wir können ihn aber sehr abusen nach meinem Sex, ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, unser Draft ist fucking insane, no? Unser Draft ist schon LEC Level. Wenigstens. Ich habe mal kurz eine Hype-Ansprache an YouTube gerichtet. Ja. Ist es... Das habe ich letztes Mal auch überlegt. Wir werden jetzt in den meisten Match-Ups geführt, werden wir gecountert. Aber es ist echt schlimm. Weil ich habe das Gefühl, wie Comfort ist im Laufe dieser Art Nemesis, Fearless, was auch immer Draft, sehr OP. Team-Com sind später broken. Also ein gutes Team-Com zusammen. Lanes sind ein bisschen eh. Aber ich finde jetzt, unser Draft hier ist nicht so Tobo-Togo persönlich. Mal sehen. Ist ja nicht Tobo-Togo? Nee. Wegen den Lanes. Ich mag nicht, dass Y, äh, C-Rat einfach immer später jemanden one-it kann. Entweder Freddy oder Jinx halt. Ist einfach one-it. So. Was hat er mit dem? Links auf, dass sie die Combo schaffen. Ich glaube, die schaffen das nicht. Welche Combo? Freddy oder Jinx halt. 2-Ult-Zeraph-Ult. Das ist schon stressig später noch. Das ist der Termin. Wie kannst du das nicht schaffen? Der verpasste Hölle. Der kann die Ult missen, nachdem du sie wissen. Du kannst nicht missen. Ach, Argerin. Start immer Q oder W auf Lee? Ich hab keine Ahnung. Ich start immer W, aber ich hab also gute Lee-Spieler schon mit Q und mit E gesehen mittlerweile. Ich hab E-Wölfe-Start gesehen. Really? Also Q-E hat einfach keinen, weil ich mein, in der Theorie brauchst du ja kein System, ne? Hm. Ich probier's einfach mal aus mit Q-E. Ach, die hätten hier rüberspringen können. Wenn sie es noch nicht gemacht haben. Oh, Jim. Ich hab grad Tee bekommen. Nice. Und Lebkuchen. Nice. Jura ist hier. Nice, ich komm. Was? Wo seid ihr bei Lee jetzt rausgekommen? Bei was? Ich geh die Q, oder? Aber mich würde das echt auch interessieren. Persönlich. Mit was man startet. Is that worth? Äh, für den vielleicht? Ne, für mich nicht. Also ich mein, es sind zwei Sekunden direkt. Doesn't matter. Also die schreiben alle E. Aber ich glaub, die trollen mich. Ne, das hab ich schon oft gesehen. Ich hab das auch schon oft gesehen. Aber weil sie absoluten Lee-Spielern. Aber Start. Du hast dann irgendwie E und Q. Und dann kannst du diese zweiten Camps, die Wölfe und die Raptoren viel schneller machen. Wenn du nicht E hast. Also ich hab jetzt Q into E gemacht, aber... Das fehlt glaub ich auch. Vielleicht macht das auch mehr Sinn gegen Einzelcamps. Oh, wir verlieren sogar Pryo, oder? Ich glaub Level 2 wird schwerer, ja. Ich hab das Level bis Tabis, basically. Und dann ist Pryo. Ich hab das Level bis Tabis, basically. Und dann ist Pryo. Der zweite, ja. Internet Explorer. Ja, der ist wirklich Internet Explorer. Ey, ich muss gegen 4000 LP Botlane lanen. Hast du mich in Ruhe? 4000? Almost? Das scheint mir ein wenig grob. Stimmt ja auch nicht. Ich sag jetzt nicht, dass die Tropfen da kommt. Also, actually, ihr schlagt euch extrem... Also, alle schlagen sich so gut, obwohl... Gegen das so viel besser sind, ne? Also, A-Green auf 1 mit 1 gerade. Ein richtiger Jungler, ne? Wie war das? 300 LP Spieler sind keine richtigen Spieler. Der Wege war. Das ist... Diesen Moment müsste man eigentlich framen. Das ist kein richtiger VEGO. Einer der legendärsten in den O-Momente. Der war so wunderschön. Er schwiegt gegen echte VEGOs. 18-2. Ja. Ach, Mann, ey. Äh, fahren wir rein oder wie sieht's aus? Armin, die fahren rein. Kann ich schauen, glaub ich? Ja, ich fahr auch rein. Aber ihr seid Level 2. Schafft ihr den Level 3 noch? Ja, ja. Das ist ein Minion. Ich hab kein Schild für 10. Kein Schild für 10. Kein Schild für 10. Die kommen hier, die kommen hier. Vorsicht, du brauchst was. Vorsicht, Aguin. Ja, der Gegner schon mit einer. Bist du raus? Ja, ich muss flaschen. 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 Der ist hier, ne? Wir können da kollapsen. Dann push mal die Wave. Push mal die Wave. Push mal die Wave. Die Rail kommt leider. Ich glaub nicht, dass wir die hier durchlassen müssen. Ja. Okay, wir müssen sie durchlassen. Kann man ein bisschen schneller pushen, glaub ich. Dann dürfen die nicht durch. Ich hab wieder B. Fuck ey. Scheiße. Vielleicht doch keine Q. Nicht Opti, sagt ihr? Okay. Nicht Opti. Die ist hier, ne? Die hattest du, glaub ich, noch... Hat sie geflasht? Ich weiß nicht. Ist ne, keine Sorge. Mhm. Oh, okay. Ich hab mich versuch'n zu Dei, wenn du Live kamen kannst. Das ist okay, der ist der, der viel mehr hast du. Nee, hab ich da. Nice. Entschuldigung. So, ich glaub, jetzt können die uns offiziell gar nichts mehr. Nee. Können wir einfach kommen lassen und dann haben sie ein Problem. Kann in den Base gehen. Tolle. Madeira Ping Last Hits. Hm. Das war Cannon. Ich auch jetzt keine Tabis in Base. Das war Cannons gemisst hab. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Die Vy ist... Okay. Die Bot-Side ist ziemlich low. Und Stain, ne? Die haben gerade gewordet, oder? Wissen wir, wo Vy ist? Sorry, ich weiß, was du gerade gesagt hast. Sie ist auf der Bot-Side Camps. Okay. Oder am Dragon. Also, Dragon würde ich nicht abgeben. Die sind auf jeden Fall konfident genug, um zu shoppen. Dann bin ich hier. Ah, mit dir haben wir da. Schild ist jetzt auf cooldown. Zwölf Sekunden. Ich geh mal kurz den Dragon. Der ist nicht dran. Sieben Sekunden. Machen wir mal durch. Ich glaub, ihr kriegt... Jah, ja. Mach mal durch. Ich glaub auf. Die können eigentlich nichts machen gegen linkes. Dann ist ja auch ein Pod. Wir kriegen auch Match-Prior hier. Ich glaub wir können der Dragon selber machen. Ja, ja. Alright, dann. Ich würd tatsächlich... Also ihr nehmt das Pod, oder ich glaub wir killen. Wahr ja, die wird hier facechecken. Okay, kommt mal einfach vorbei hier. Nimmst du das Pod, Kani? Wir haben halt nicht zu viel Zeit, ne? Ja, vielleicht haben die den gegeben. Wollen die den geben? Ja, die wollen den geben. Kann ich wieder, bitte? Ich denk schon, ja. Ich denk schon, ja. Ein HP, Serhat Ult kommt. Ja, die versuchen den nur zu stören. Äh, die Vai wird aber mit Tempo oben sein. Äh, Rail hat auch Monster Tempo. Ja, du musst oben wirklich aufpassen zu gehen. Warum? Da war 1 HP, deswegen bin ich getätet. Ich glaub wir bräuchten nen Outpush, aber du kannst jetzt ewig nicht, ne? Auch mal, umschlangen wir sterben. Kann jetzt ewig nicht mehr. Ich mein, die Vai ist top later. Also ihr könnt auch hochkommen. Seht ihr wirklich, also... Langdauer gebraucht, ne? Ja, mach ich doch einen auch direkt. Dann kann ich weggehen, maybe. Sorry, Kani, ich hätte die Wave nicht schaffen dürfen. Alles gut. Ich dachte, ich promise... Kani, das ist nach oben kommen sollen, ha? Aber das ist... äh, das ist... ja... Ja... Es ist legit sehr schlecht. Kannst du noch kommen, oder? Soll ich? Ich hab keine Boots. Ich brauch ewig, bis ich da oben bin. Ich... Ja... Nee, ist too late. Ich glaub, ich sterbe dafür. Kommst du noch, Egon, oder? Der hat kein Ult. Ich bin gleich da. Ich lauf vor mein Leben. Der hat kein Ult. Ich glaub nicht, dass wir die driven können. Nee, nee. Lass einfach weiter schaffen. Hey, wie kriegen wir ne Platte? Zu dem Film? Ja, okay. Klar. Gut. Wait, what? How? Wir haben einfach verpackt. Das ist nicht so geil. Wer wird noch kontesten? Naja, für eure Priorität. Wenn Kani kommt... Komme. Glaub ich, dann können wir den jetzt rushen, ne? Vorsicht, du musst unten raus, Senef. Ich geh nach oben. Aber Top-Einsen, keiner weh grad? Ja, ich kann mal. Aber ich hab grad keine Key oder so. Serp-Tash, Serp-Tash. Aber keiner weh. Was? Okay, braucht... Ihr braucht mich jetzt oben nicht, oder? Sonst diven die unten Senef. Ich denke... Also, wenn die nicht... Also, move einfach mit, glaub ich. Actually, können wir die auch nehmen? Die stehen unten, dann bleib ich auch. Ich nehm da Platz. Ja, sie diven. Oh, die schauen... Oh Gott, oh Gott. Also, ich gewinne, denke ich nicht von mir oben. Dann move ich. Millisekunde. Du hast aber auch stark gespielt von dem. Fuck. Oh shit. Ja, die contesten wohl. Der DB probably will need you. Du musst dringend an der Base, ne? Bin ich Top-Ein in nem sehr schlechtes. Ich nehm an, dass die Vision auf mich hatten. Genau, dass ich noch weg bin. Vielleicht nehmen wir den auch nur und geben ab, I don't know. Ich denke, wir müssen. Oh, das war Disaster. Oh, das ist Disaster für mich. Und sie hat sogar noch Herald bekommen. Oh Mann, Gott. Eieieiei. Mhm. Boah, das ist... Das ist terrible. Ja, der war ein bisschen zu viel. Der Herald. Ich kippe hier mit. Im Top-Land im Sohn. Also, I hate to say it, aber ich bin wieder ein bisschen aus dem Game raus, ne? Also... War gerade... Ich kann die immer halten, die Fearow. Das ist amazing, ja? Ich mein, ich krieg jetzt auch Botlane kein Farm oder so. Also... Die kriegen wir dich wieder rein ins Game? Äh... I don't know. Botlane prioritiert Mitte kriegen, Scythe rotieren. I don't know. Botlane haben beide keinen Flash. Wir können mich auch... Ich glaub, die rotieren vielleicht sogar in der Mitte. Aber die können mich auch... Ne, ja. Ein Dragon in einer Minute. Ich werd nochmal resetting, Botlane. Oh, Akshi. Und hier kennst du vielleicht? Look on Ray. Oh, das ist gar nicht kein gutes Play. Ich hatte kein Coop, sonst wäre ich nicht so gut. Bell hat keinen Flash. Ah, wir hätten Tintel. Ist das was? Oh! Oh, ich geh raus. Ah, die TP? Die, die Fiora, wissen wir das? Ja, 10, 20 10, 20 Oder ein 10, unter dem Dreh Ich kann helfen Die können gar nichts gegen mich machen, die Führer Tatsächlich Das ist schön Dann Karli, du musst gucken, wenn die eine Wave stacken, können die mich dreimal dive, ne? Wie war meins? Wird nicht den Zypes im Rück zurück swapen? Jetzt gerade auf der Wave Wenn's Freddy's in 10 gut geht, dann Der hat jetzt push und wir können base'n Ich würd jetzt base'n, ja dann Wir machen jetzt Dragon, was machen wir dafür? Wie swapen wir am besten? Ich will erstmal Bot-deffen, glaub ich Ist wichtiger Ich hab TP theoretisch Ja, ich kann base und top-antip'n Wir haben einen sehr starken... Der Zeraf ist auch sehr low, oder? Ne, der ist full-life Wollen wir fighten? Ja, aber wir müssen top-devaillen Ich hab auch Brodling, ja Wollt ihr machen? Ja Die Red hat noch keinen Flash auf, glaube ich Nein, nein, Bot-lane keine Flashes Nein, das ist nicht mehr gut, glaub ich Aber du kannst nach vorne gar nicht, du kannst schon... Wenn du irgendwas findest, dann ist's fein Das war's Wie machen wir jetzt unsere Lanes? Das ist nicht gut, oder? Wenn ich hier bin Armin, können wir hier noch was machen? Der hat noch... Der hat noch Flash Wir haben keine Kaiser-Ult, keine Rel-Ult Ja, ich komme Das ist, glaub ich, aber nix, ja Ich hab keinen Shuffle, halt Ich muss den... Also die haben hier nur... Bleiben die nicht oben, oder was passiert da? Gehen die nur für unseren Blue? Ich bin nicht strong Ich bin nicht strong Also das ist echt suboptimal, dass ich gegen Xerath spiel, ne? Ich glaub, ich würd nie mal Bot-lane gehen Das ist okay aus Ich bin wahrscheinlich für den Link, ja, oder? Ja, lock mal Top-lane, äh, bitte, die werden mich da noch dabei Oh, Mann Voll greedy mit der Pflanze Ist er gewordet, eigentlich? Ich glaub... Ich muss langsam Weil wird euch da sein Weil wird euch da sein I need you Kani, I need you Maybe Jinx Rocket auch gleich top-lane? Schade, Mann Ich schau Oder Bot-Doll Er ist halt kein Ult Jinx Rocket, kommt dahin Was? Das hat noch gecancelt Das ist zu gays Gerade Der hat ein bisschen früher Verspeise, actually Das hat noch als Cancel gezählt What? Das hab ich auch nicht erwartet Das war Bullshit Also das war wirklich Bullshit Aber ich... Okay, das ist jetzt alles ein ziemliches Desaster gewesen, ja, ne? Ja Na, ihr Säcke Okay, jetzt dachte ich in die Minute Ah Hmm Aber jetzt haben die keine Summonos mehr Das ging da so gut aus, bis es da war Ne, wir haben Harald halt verkackert, so 37 glaube ich stoppt Alles drum dran But we can still win Ja, also der Seraph hat als Einziger noch Flash glaube ich Ahnung Haben wir Kaiser nicht und die ist hier gerade unten, alleine, ohne Worts Jetzt haben sie hier Vision Red ist bei mir Ist das schlecht hier? Ja Keine nur Papier oder gerade Ist ja dort gut Hm War er hinter uns? Ich spiel das oder? Vorsichtig noch eine Hilfe an Du müsst... Ja, ihr seid nicht gut, ne? Oh fuck, ich hab falsch geschickt Ja Das ist ein schweres... Aber sie haben wieder eine Menge von ihrem guten Pulver verschossen Wir gehen ja für die... Für die Contentroute wie immer Die Contentroute Die Contentroute Nice Nice An allen vorbei, hier Kein Problem Kann Hu kommen Ja Die ist... Die nimmt gleich hier zu Fiora Flash Äh... Jetzt sind wir viel gehabt Du musst mit der kommen Ich kann dir movement speed mit dem Ding hier geben Ja Wenn du sie noch nicht hast Sie brennt, sie brennt, sie brennt Oh Wollen wir mit dem Herald Contest? Bordlane move zu Herald, ja Rail hat noch... äh... keine Ult Erst die Millenray Frau aus Ich bin nach wie vor Ich bin schon sehr strong Vielleicht kann man Ein paar gute Shuffles oder so Ja, ja Ich hab TP in 30 Ja Wie machen die denn den Herald gerade, ja, ne? Wollen wir ein Video machen? Denk schon Ich move gleich hochzeug Jura TP wenn sie's klappen Ich hab ne Weige gefunden Die Weige in Mitte rein Ich bin aberst Ich glaub ich bin fein Ich glaub ich bin fein Ich glaub ich pop Ghost Jetzt trotzdem sterben wär schlimm Oh je Nein Nooo Oh nooo Oh nooo Feige Wie, da hast du ne Rail hinten? Okay Die können dich killen oben, ne? Ja, können sie Was ganz raus geben Ich glaub das ist nix, gar ne? Look at me, maybe? Boah, das sieht auch nicht mehr spaßig aus Sonst war nie spaßig Ha Ich bin Minion blocked Oh, kein win Ich glaub wir können da vielleicht fahren Fiora keine Ulti Hast du n Wort über die Wand? Irgendwohin? Jetzt aber? Kein Flash Fiora, kein Flash Fiora Nice Was ist mit Spot to it? Was ist mit Drake? Ja, was wir pushen Ah, Bad Hell in Drake vielleicht? Ja Naja Weil die sind zu zweit top Die werden den Tier 2 nehmen, ne? Wohl Geister geht raus Und hier? Vi-Ult sollte jetzt gleich wieder abkommen 1-0 Haben die TP auf Fiora? Ja Ja Dann ist das hier sehr Das war sogar Geil gewesen Bringt ihr euch da, Freddy? Seht ihr wie Topland Fiora? Nicht bei euch? Die Vi hat keinen Flash Ich renne Botlane Oh, die kommt dahin? Oh je Ganz mieses Gefühl Nicht nur du mein Freund Es ist Raffi Dies worden Raffi tut der McDuffie Also historisch gesehen Die nächste Das nächste gehört wieder uns jetzt, ne? Bei dieser langen Historie Die wir gegen die jetzt haben wir in den Scrims Können wir den umnehmen? Wau In den hinter dir? Ja, aber ich weiß nicht ob wir gewinnen Oh, schade Oh, was? Komm mal Team Oh, der Gore-Drinker Okay Okay, ganzer Nash aus Duhoof Jetzt geht's ab Big Money, Big Money Ich bin unleashed, Leute, ich hab zwei Items Ich geh voll damit Kann ich jetzt noch in den Krakenslayer reinkommen hier Können wir den Xerat töten? Da hat er keine P-Body Da ist niemand, oder? Ich glaube ich muss den Ich glaube ich muss den Actually, der ist einfach Der ist einfach tot Wir müssen Karni helfen Der wird gebumst von der Weih Karni, wir haben das Die hat keinen Flash, by the way, ne? Also Du kannst sie vielleicht wirklich ulten, Karni Ist das ein Nash-Gang-Angle? Mani Wir haben Asitieren? Ich würd sagen, oh, ja, ja Ja, ja, Fiora hat auch NTP Wenn Freddy hochkommen kann Ich bin, glaube ich, sind ja tot, ne? Ja, sieht sich aus Wir brauchen noch nie mal Asitieren dafür, ja Ich hoffe nicht ohne Ich bin heute irgendwie der Shutdown-Collector For some reason Bist du heute wirklich? Ja Ja Ich hab' ich hier einfach Krass, du bist noch zu zweit Ich muss gerne Ich move oder ein Irgendwer muss Bot halten gegen die Das könnte okay sein Komm gleich mit Ich gucke heute irgendwo immer noch Eine Weih Kommt heute irgendwo noch Weiß, der ist gerade respawned Weiß noch lange nicht da Oh Boah, der Kick war so ein guter Versuch Warte, ne? Okay Jetzt können wir vielleicht nashen GG Das Game Leider gleich wieder TP Äh, ne, joke Lange nicht Trolle Ja, das nash forst no turn, no? Is the only way Die kommt jetzt schon gelaufen Aber die Ja, ist untabeled Es ist mit Serhat Fiora Lass auf Fiora gehen Lass auf Fiora gehen Oder nicht? Ich bin fast schon an Rieser gehen Die scheint das zu wissen, oder? Looks like it Vorsicht, ich kann das nicht mehr mitfalten Ich kann das nicht mehr mitfalten Lachen Genau, nicht falten Ja, eigentlich geht Freddy Bot dann hier Also, kannst du dir weiter Farm gönnen danach Versuchen Fiora zu halten Ich nehme die Reste, die irgendwo Mitte oder Topline liegen bleiben Ähm Hat die Kaiser grad geflasht Tolkien? Ey Ich glaub nicht Nein, ist einfach gestorben Ok, ok Sicher? Ja Ich hab glaub ich auch nicht Geflasht? Mann, die ist doch geflasht Als ich noch nicht da war Oh, dann ist sie mit dem Surf da oben Nee, als du da warst Ist die doch geflasht Mhhh I don't think so Der intet doch komplett gerade Ich bin auf Wixing Ich bin auf Wixing Na, der hat die Die hat die Nein, 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 nein Das ist viel zu lieb Du bist so So, Jura ist auf Endurance Auf der Jinx Ich komm da nicht mehr raus Keine Chance Ich pushe einfach Oh, das ist terrible Ja, das ist Pushen mal, pushen mal Pushen mal, pushen mal Ich muss doch gerade jeden Wind im Adera pinken Ok Oh, der Zeraf Base Der Zeraf Base würde ich das schon konflikt ist Naja, der ist basically cancelled Oh, hier ist eine Fedora Wir sind jetzt feiten oder nicht? Wir muchen uns auf Jura Er ist keine Ultime, ja nicht nur Warum hasst sie mich denn so? Because she can't Weg mit der, tritt ihr ins Gesicht War mein Schwert tatsächlich Fiora Ich hab keinen Kick bekommen Fiora Flash Wollen wir noch weitermachen mit Asir-Frank hier? Werden die auf mich rauflaufen? Ja, sonst nein Oh, die gehen durchs ziemlich auf Asir Der würde mich Kaisler zu Freddy runterholen Der hat sie in der echte Faust Und okay? Ja, du musst halt gerade laufen Ich will nicht, oder? Ach ne, ich stehe, die wären gar nicht gekommen Ich hätte duschen können Doch, doch, die waren auf dem Weg Ja, die waren Oh, muss der Mensch Ist ja dir viel gefailt, also von der Rail gekombot zu werden? Wie lange hast du dich da nicht bewegt? Das ist schon sehr eklig, nur Oh, Mann, ey Die Rail-Kopo, die macht immer erstaunlich viel CC, muss ich sagen Mhm Ja, Andy, Top-Torrel-Shutdowners? Ja Jetzt will ich den Film halt finden Ich hab halt immer noch die Unendlichkeits-Klinge, ne? Das ist ein Reset Die Unendlichkeits-Klinge, mit der werden wir's jetzt wuppen, ja Bei mir auch ein Reset, ja Aber wir geben den dritten Drake ab und killen die Fiora und Top-Tier 1, oder? Fiora, kein Flash, kein Flash, kein Flash Guter, 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 guter Doppelt wie of the way for the law Crossmapping hier Crossmapping Die geht hier rein Und she's out Den Ward verkackt Blöd Ich hab was die Mitte hitten werden Könnt ihr irgendwo ein bisschen Lenkwort hinter dir haben? Sie kann versuchen Oh, die sind nicht am Dragon, warte mal Wait, die TP'n sogar Bot-Lane Was würd ich spielen? Warte du, lass doch Mitte spielen hier Xerat, Xerat, Xerat Oh, die hat er's crapped Razzle oder so? Genau, nochmal zwei Sekunden Hm Unfall steht direkt aus Fiora, Spot-Lane, I'm turret taken And who's gonna stop her? No one Cause we can't Ja, wir sollten healen gehen Und Mitte defanken Okay, 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 okay Jetzt brauchen wir den Plan, Leute Oh mein Gott Vielleicht die Kai'Sa, genau Nein Hä? Hä? Ach so Also, Rell ist C-L-O hier Rell, Free Reset, Free Reset Die Kai'Sa in der MEC-Line Rell down Reset, wir haben den Reset Oh nein Das ist, glaub ich, nicht so gut Echt ne Runde die Ball gemacht Und ich denke, das ist Oh! 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 Gib ihm! Wait He could... HOLD! Oh, daaah! Ja, das was Ah, nitty man Ah, nitty man Ah, nitty man Ah, nitty man No! GG will blit It's lost GG GG GG, holy shit, man Der Herald-Fold war echt ein Genickbruch, ja Das war Desaster, indeed War almost ein Remake-Engel Davor sah dann aber echt sehr gut aus, hatte ich das Gefühl Wir sind also schon... Ich weiß auch, honestly Ich hab nicht mit... Ich hab nicht erwähnt, was passiert ist Agroir wollte, dass Khan irgendwie swapped Dann haben wir trotzdem einen Herald gemacht Weil wir, glaub ich, auch getrollt haben an dem Punkt, glaub ich Und dann war's lost Ja, ich konnte aber nicht Ja, ja, die Red war ja auch nicht da Aber die Red war ja auch nicht da Aber die Red war ja auch nicht da Aber die Red war ja auch nicht da, weil es halt im Power 2 war, right? Die Red war davor da Wir haben halt alles für uns für die Umsicht zu kommen Ja, genau, genau, genau Und dann haben wir... Dann kriegt Fibra so eine Herald, kriegt dann vier Platten Zwei Platten oder drei oder was das war Und dann lost Lost Wo ist unser Coach fürs Review? Hallo, Grabs Mal reinjoinen jetzt in den Call hier Eins zu zwei, oh shit Was machen wir im nächsten Draft anders? Das ist die wichtige Frage Wir picken endlich Brand Wollen wir ihn wirklich anleaschen, bist du dir sicher? Wir wollen ihn auf jeden Fall anleaschen Actually, vielleicht können wir ihn auch einfach verstecken bis zum Game Du hast so oft drüber getweetet, es ist wirklich kein Geheimnis mehr Mhm Mhm